Der erste Spieltag ist für mich Frühlingsanfang. Was soll das denn? Hey, 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 hey! Was zum Teufel soll das werden? Rory, nimm das Gewehr runter. David, du hast richtig gehandelt. Würdest du mal einen Blick auf Bill werfen? Was fehlt ihm denn? Keine Ahnung, irgendwas stimmt nicht mit ihm. Sie macht sich zu viel Sorgen, mir geht's gut. Hast du am Wochenende was vor? Sie macht sich zu viel Sorgen, mir geht's gut. Hey, Ben. Ben! Was macht Dad da draußen? David, da draußen ist jemand. Das Militär schießt auf Zivilisten. Wir müssen hier weg! Er hat es auch. Das ist nicht sicher. Alles okay, ich bin nicht infiziert! Oh, mein Gott! stance schämt das Pflügel glaube ich es schämt schämt Achtung!